Ja hallo, ich bin René vom Waffenhandel Becker und ich habe heute mitgebracht hier einen Kleinkaliber Revolver. Das ist gar nicht so interessant oder spannend. Das Interessante hierbei ist tatsächlich die Sicherung und mir gefällt tatsächlich das Laden und Entladen dieses Kleinkaliber Revolvers ganz besonders gut. Aber seht selbst. Ja, hier zu unserem Kleinkaliber Revolver. Kleinkaliber Revolver prinzipiell nichts besonderes. Der hier ist von Herbert Schmidt und das Logo ist hier unten. Beim Zeigefinger sieht er es. Das ist ein kleines H und kleines S von Herbert Schmidt. Wie gesagt, Kleinkaliber Revolver. Der Revolver hat hier das Kaliber 22 Magnum. Mit Wechseltrommel gibt es den oder ist der? Und die Wechseltrommel, die er verbaut ist, also die Trommel, die eingebaut ist, sind 22 Long Rifle. Geladen und entladen wird die Waffe mittels Ladeklappe. Dazu harnen die Laderast. So, jetzt ist die Trommel quasi freigegeben. Seht ihr das? Ich kann die drehen. Die Ladeklappe öffnen und mittels des Ausstoßers die leeren Hülsen entnehmen. Neue Patrone rein. Leere entnehmen. Ausstoßen. Neue rein. Das kann ich so machen. Das ist der Ladevorgang. Finde ich total klasse. schon. Ladeklappe wieder schießen. Und zum schießen, ganz spannend. Und jetzt, wie wir es kennen beim Revolver, kann ich abgerüben. Ist ein reiner Single Action Revolver. So, was ich noch mal zeigen wollte bei dem Revolver, wenn wir ihn jetzt gespannt haben und wenn ich ihn jetzt entspanne und hier diese Sicherung nach unten drücke, seht ihr das? Jetzt ist die Sicherung quasi runtergerückt. Dann geht der Hahn, schlägt nicht, kann nicht auf den Schlagbolzen hinten schlagen. Seht ihr, das ist getrennt. Das ist diese, ich nenne es mal wie eine kleine Sicherung ist das hier. Das ist quasi das sauber trennt mit zum Abstand. So, ich kann jetzt auch den Hahn spannen. Seht ihr das? Und jetzt wird die Sicherung gelöst und nach oben geschoben, sodass diese Ausnehmung genau hinten rein passt. Wenn ich jetzt abkrümmel, jetzt schlägt das Schlagstück auf den Schlagbolzen, ziehe ich ein Stück nach hinten. Wenn ich jetzt entspanne, nach unten drücke, hier mit dem Daumen, da liegt mein Hahn quasi sicher auf dieser Trennung auf. Und Hahn und Schlagbolzen sind ja getrennt. Es kann quasi kein Schuss ausgelöst werden, sodass der Hahn, weil der Hahn aus Versehen oder wie auch immer, auf den Schlagbolzen hinten schlägt. So, wie entnehme ich die Trommel? Bei vielen anderen Revolvern auch. Ich muss quasi die Trommelachse erstmal lösen. Und ich drücke jetzt quasi die Arretierung hier rein mit dem Daumen. Seht ihr das? Und den Daumen nehmen. Jetzt kann ich die Trommelachse nach vorne rausziehen. Da habe ich die Trommelachse raus. Und jetzt kann ich meine Trommel hier entnehmen, wenn ich die Ladeklappe geöffnet habe. Seht ihr das? Und jetzt kann ich die andere Trommel einsetzen. Und umgedreht mache ich das genauso. Also wie gesagt, seht ihr, deswegen muss die Ladeklappe hier geöffnet sein. Ladeklappe öffnen. Schließen. Trommelachse nehmen. Die Arretierung drücken mit dem Daumen. Voila. Dann habe ich oder hätte Trommel getauscht. Ja, wenn ihr Interesse an so einer Waffe habt oder einer ganz anderen, dann könnt ihr die sehr, sehr gerne bei uns über den Waffenhandel Bäcker erwerben. Und wenn ihr einfach mal schießen wollt, ausprobieren wollt, wie es ist zu schießen, ob es sich so verhält wie im Film und Fernsehen oder im Spiel oder das angehende Sportschützen und euch fehlt noch die Sachkunde für Sportschützen, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, euch bei einem entsprechenden Kurs bei uns begrüßen zu dürfen. Wo auch immer wir voneinander hören, wann auch immer. Es würde mich sehr freuen. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.